Hast du einen Tipp, wie man Einsamkeit umgehen kann? Seit meiner Angststörung haben sich leider ziemlich viele Menschen distanziert, beziehungsweise ich isoliere mich auch selber. Ich sehe hier im Prinzip zwei Problembereiche, die man vielleicht auch deutlicher voneinander dann so trennen sollte. Wo ist mein anderer Arm? Hier, so. Ah, da, so. Zwei Bereiche. Warum ist das gerade wichtig für uns? Weil das eine vielleicht wäre, wie gehst du mit der Angststörung um? Das andere vielleicht wäre, wie gehst du mit der Einsamkeit um? Es ist natürlich schon ein Faktor, dass man jetzt in einer Dynamik einer psychischen Störung, wie zum Beispiel auch einer Angststörung, einer Depression, der Entwicklung einer Panikstörung, der Entwicklung einer Zwangsstörung, natürlich auch viel Unverständnis nachher von den Leuten bekommt, wo man nachher nicht genau weiß, wie geht man damit um, man möchte nichts falsch machen, man wird vielleicht als Betroffener irgendwann auch so ein bisschen unbequem und hat damit natürlich dann auch nachher einfach schlechte Karten, wenn es um den sozialen Austausch da geht. Wichtig ist nur auch, dass wenn sich über einen solchen Prozess vielleicht auch Menschen von einem abwenden, man auch sagen muss, ich liege ja auch lieber mit den richtigen Leuten in der Sonne, als allein durch den Regen zu gehen oder liege lieber alleine in der Sonne, als mit den falschen Leuten durch den Regen zu gehen oder keine Ahnung. Der Punkt ist nachher, wenn sich Menschen in einer solchen Situation von dir distanzieren, haben sie vorher ja aber auch schon nicht wirklich zu dir gehört. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass sich diese Menschen dann in einer solchen Situation eben auch zunehmend von dir distanzieren. Und daher wäre es vielleicht auch ein Prozess, der vielleicht gerade unangenehm ist, auch mit Ängsten verbunden ist, weil je mehr Leute sich distanzieren, desto einsamer wirst du ja auch. Und man darüber auf längere Sicht aber sagen kann, gut, dass sich diese Menschen jetzt schon von alleine aus deinem Leben heraus distanziert haben, weil wenn sie es jetzt nicht selber gemacht hätten, dann stimmt die Aufgabe ja für später noch vor dir. Früher oder später. Das wäre also ein Punkt, dass man eben auch sagt, der, der sich jetzt distanziert, wäre sowieso jemand gewesen, der auch ohne meine Problematik gar nicht mehr Teil meines Lebens hätte sein sollen. Und das habe ich halt jetzt auf eher schmerzhafte Weise dann für mich erkannt. Das wäre ein Punkt. Der andere Punkt ist, wie kannst du mit dieser Einsamkeit im Moment umgehen? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wo man sich mal die Begriffe näher anschauen kann. Denn, ich finde das sehr naheliegend, dann hier auch über Einsamkeit zu sprechen. Wir sollten natürlich nur überlegen, was ist denn eigentlich Einsamkeit in diesem Zusammenhang? Weil jemand, der vielleicht eine Angststörung hat oder irgendwas anderes hat oder vielleicht auch nichts hat, aber trotzdem das Gefühl der Einsamkeit mit sich herumträgt, der wird natürlich trotzdem, dass er dieses Gefühl hat, nicht unbedingt alleine sein. Das heißt, wir könnten jetzt natürlich hingehen und setzen zu der Betroffenen hier, zu der Julie, setzen wir jetzt Leute dazu und sagen, komm, du gehst mal hier in Gesprächstherapie, in Gruppentherapie, du machst noch dies, du machst noch denis. Also wenn du dich einsam fühlst, Leute haben wir genug, die wir dann alle zu dir dazu packen. Ändert das was an deinem Einsamkeitsgefühl? Möglicherweise nicht. Das ist natürlich ein entscheidender Punkt. Du wirst nicht unbedingt glücklicher oder weniger angstbesetzter, wenn wir jetzt gucken, dass du nicht mehr so alleine bist. Weil du kannst dich sehr einsam fühlen, obwohl du nicht allein bist. Ich merke bei mir selber immer wieder, dass ich sehr allein sein kann, ohne mich einsam zu fühlen. Und deshalb würde ich an diesem anderen Punkt tatsächlich auch mal gerade diese Begrifflichkeit aufgreifen, die die Zuschauerin hier schrieb. Was kann man bei Einsamkeit machen? Ich glaube, es gibt jetzt keine Patentlösung dafür, weil der Kopf ja auch an diesen Punkten immer im längeren Hebel sitzt und wir immer auch mit einkategorisieren dürfen. Der muss ja auch an diesen Punkten mitspielen. Aber ich glaube, dass es gerade total wichtig ist, dass man sagt, dieses Gefühl der Einsamkeit ist vielleicht gar nicht die richtige Beschreibung dafür. Du bist gar nicht einsam, sondern du bist allein. Und du brauchst mehr Menschen, die dich verstehen, die sich nicht direkt von dir abwenden, wenn du vielleicht mal mit deiner Angstsymptomatik unbequem bist. Die dir ein offenes Ohr geben, was vielleicht in deiner Herkunftsfamilie auch nicht der Fall gewesen ist. Dass dann nur abfällige Kommentare gekommen sind oder was auch immer. Du bist vielleicht gar nicht einsam, du bist aber vor allen Dingen gerade allein. Und es macht Sinn, dass wir dich wieder unter Leute bringen. Schließ dich hier in der Community, in den Kommentaren an andere Leute dran. Da kommt schon mal so ein bisschen Grüppchenermittlung. Und da sollten wir daran arbeiten, dass du nicht mehr so alleine bist. Vielleicht passt der Begriff von Einsamkeit aber auch. Und wir sollten eher überlegen, was hat es mit diesem Gefühl auf sich? Ist dieses Gefühl vielleicht losgelöst von Angst auch zu sehen? Ist dieses Gefühl von Einsamkeit vielleicht auch losgelöst von deinem sozialen Kontext und Umkreis zu sehen? Dass du vielleicht wirklich Leute hast, die um dich drumherum sind, die aber aufgrund deiner Wahrnehmung, dass du mit der ganzen Zeit immer nur bei deinen Angstbesetzen inhalten bist, die Leute gar nicht richtig siehst. Und dafür, um da einfach ein bisschen mehr Hintergrund aufzubauen, empfehle ich euch ein Video von mir. Da gebt ihr in meinem Kanal mal Angststörung ein. Und dann werdet ihr auf das Video kommen. Auch das empfehle ich euch hier häufiger, wo ich am Strand auf und ab laufe. Das ist dieses hier. Ich mache es mal so ein bisschen größer. Angststörung. Was soll ich mir konkret sagen? Das hat jetzt vielleicht auch in gewisser Hinsicht was mit dem Hintergrund von der Julie zu tun. Das hat aber vor allen Dingen jetzt gerade etwas damit zu tun, dass du in diesem Beitrag lernst, hier herauszuarbeiten, was die wirklich wesentlichen Punkte sind, die dich im Alltag belasten und darüber vielleicht eine bessere Möglichkeit existiert, zu sagen, was hat es mit Einsamkeit, was hat es entsprechend mit Alleinsein und mit der Angststörung auf sich, um Ansatzpunkte zu finden, an denen wir dann weiter ansetzen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.